Herzlich Willkommen auf Schloss Tüßling. Ich freue mich sehr, dass Sie heute gekommen sind und freue mich auch, dass ich Ihnen ein paar Oster-Tipps geben kann. Als Gastgeberin gibt es hauptsächlich drei Dinge, die ich jetzt mal ansprechen würde. Und zwar das allererste, die gute Mischung der Gäste, dass die zusammenpassen. Das zweite, die Tischdeko. Also ich finde es immer ganz wichtig, dass die nicht zu hoch ist. Sonst sieht man nämlich den anderen nicht. Jetzt vor Ostern ist es natürlich auch schön, wenn man frische Blumen hat, Ranunkeln und Hyazinthen und das Ganze in Pastellfarben kann man jedes Jahr variieren. Mit den Kerzen schaut es einfach wahnsinnig schön aus. Und als drittes, dass es nicht sechs Gänge sind und das Essen einfach zu lange ist. Also das werden für mich die aller drei wichtigsten Dinge. Untertitelung des ZDF für funk, 2017